Diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Wohnung ist ab Januar 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf unter Rad. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 54 m² beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 690 Euro pro Monat. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf.